Die Katastrophe kam nicht unerwartet. Hitze, monatelange Trockenheit, Borkenkäfer. Das Elbsandsteingebirge ist schwer mitgenommen und dann reichte ein Funke, um das Inferno auszulösen. Die erste Meldung im MDR Sachsenspiegel am Sonntagabend. Heute früh ist unweit des beliebten Prebestors nahe der Grenze im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ein Waldbrand ausgebrochen. Auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar in einem schwer zugänglichen Gelände. Ein Polizeihubschrauber und ein Löschflugzeug waren im Einsatz, sowie zahlreiche Feuerwehrleute. Inzwischen ist das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Eine trügerische Hoffnung, denn in der Nacht können die Löschhubschrauber nicht fliegen. Das Feuer, zusätzlich angefacht durch heftigen Wind, beginnt sich auszubreiten. Man geht abends, man denkt, alles schön runtergefühlt, prima. Und früh hast du immer wieder neue Glutnester. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell übergreift auf die anderen Gebiete. Ja, mir fehlen echt die Worte. Das Elbsandsteingebirge, eine der spektakulärsten Naturlandschaften Europas, gelegen im äußersten Südosten Deutschlands, nur wenige Kilometer von der sächsischen Landeshauptstadt Dresden entfernt. Die Landschaft fasziniert durch ihren Formenreichtum mit Tafelbergen, Hochflächen und Felsnadeln, Schluchten, Wäldern und dem Elbtal. Seltene Tiere wie der Luchs, der Schwarzstorch und der Wanderfalke sind hier heimisch. Auch streng geschützte Pflanzen wie das gelbe Veilchen oder die Merzenbecher. Hier wurde vor über 150 Jahren das Felsklettern erfunden und bis heute sind die Gipfel und Riffe eine der beliebtesten Kletterregionen Deutschlands. Im Oktober 1990, zeitgleich mit der Wiedervereinigung Deutschlands, wurde der Nationalpark Sächsische Schweiz gegründet. Auf tschechischer Seite, wenige Monate später, der Nationalpark Böhmische Schweiz. Ein grenzübergreifender Naturraum und Sachsens einziger Nationalpark. Allerdings, anders als viele andere Nationalparks, ist die Sächsische Schweiz dicht besiedelt und stark vom Tourismus frequentiert. Jedes Jahr kommen hier durchschnittlich 1,4 Millionen Urlauber her, dazu täglich tausende Tagesgäste. Der strenge Schutz der Natur und die Wünsche der Touristen stehen sich oft direkt gegenüber. Seit etwa zehn Jahren kommt ein weiterer Problemfaktor dazu, der Borkenkäfer. An sich sind die winzigen Käfer, auch Buchdrucker genannt, keine allzu große Belastung für einen gesunden Wald. Doch im Elbsandsteingebirge gibt es große Fichtenmonokulturen, vor 100 Jahren vom Menschen angepflanzt, die seit Jahren zunehmend unter dem Klimawandel leiden. Milde Winter, heiße und trockene Sommer, ideale Bedingungen für den Schädling. Was zunächst als natürliches Regulativ für den Wald betrachtet wurde, führte innerhalb von wenigen Jahren zu solchen Bildern. Hektar große, abgestorbene Nadelwaldflächen, riesige Mengen Totholz. Die Natur sich selbst überlassen ist die Maßgabe des Nationalparks, sie reguliert sich auch, aber langsam. Trotz aller Kritik und Warnungen, das tote Holz bleibt im Wald. Als Teil des Ökosystems, als Schutz für junge Bäume, als Wohnstätte und Nahrung für viele Insekten und Käfer. Doch bevor der neue, junge Wald hochwachsen kann, kommt das Feuer. In der Nacht zum Montag lodern die Flammen wieder auf. Feuer im staubtrockenen Wald, Feuer auf den unzugänglichen Felsplateaus, Feuer in den tiefen Schluchten bei Rensko. Das Brandgebiet liegt nahe der Elbe im Nationalpark Böhmische Schweiz, direkt an der Grenze zu Sachsen. Die dunkelgrauen Stellen markieren die verbrannten Flächen. Mit Löschhubschraubern wird versucht, Wasser an die Brandherde zu bekommen. Polizei und Armee unterstützen die örtlichen Feuerwehren. Der zweite Brandherd war nur wenige hundert Meter vom ersten entdeckt worden. Ich glaube, oder besser gesagt, ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch das Feuer entzündet hat und kein Blitz oder sowas ähnliches. Das alles dann mit diesen verheerenden Auswirkungen. Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Sie treibt durchs Elbtal und sorgt am Montagabend sogar um 50 Kilometer entfernten Dresden für zahlreiche besorgte Anrufe bei der Feuerwehr. Jetzt wird die Situation schwer beherrschbar. Der Brand ist nun schon von den Häusern im Grenzort Rensko auszusehen. Das beliebte Wandergebiet rund ums Prebischtor und die Edmundsklamm, jährlich von tausenden Menschen besucht, nun wird es evakuiert und für Gäste geschlossen. Die Lage ist jetzt im Moment leider so, dass der Brand nicht als unter Kontrolle bezeichnet werden kann. Das Feuer hat sich dann in Richtung Norden zur sächsischen Grenze ausgeweitet. Inzwischen brennt es jetzt auch schon auf der sächsischen Seite. Und zugleich schreitet das Feuer auch in Richtung Osten weiter zum Prebischtor, zu dem bekannten touristischen Ziel. Und da mussten wir das Gebäude und die Wanderwege evakuieren und die Besucher eben aus der Reichweite des Brandes bringen. In der südlichen Richtung brennt die obere Kante der Edmundsklamm und da schaut die Lage auch dramatisch aus, weil schon brennende Baumstämme in die Klamm hinabfallen. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir eine natürliche Ursache ausschließen können. Also es heißt, es kommt nicht in Frage, dass dieser Brand durch zum Beispiel einen Blitzschlag entfacht wurde. Wir können uns ziemlich sicher sein, dass hier der menschliche Faktor im Spiel ist. Der menschliche Faktor, er ist die größte Gefahr für die Natur. Zwischen 2011 und 2021 gab es fast 10.000 Waldbrände. Mehr als 4.000 davon entstanden durch fahrlässiges Verhalten oder Brandstiftung. Nur 411 Feuer entfachte ein Blitzschlag. Rund 5.500 Brände hatten andere oder unbekannte Ursachen. 1.000 Euro Geldstrafe drohen bei fahrlässiger Brandstiftung. In schweren Fällen kann auch schon mal bis zu fünf Jahre Haft verhängt werden. Am Montagnachmittag versucht die tschechische Feuerwehr, den Grenzort Renskort zu schützen. Ein Teil muss evakuiert werden. Wie es am Prebisch-Tor aussieht, weiß niemand so genau. Der Wald ist schon länger nachts für Besucher gesperrt, aber so manch einem ist der Ernst der Lage nicht klar. Bei Kontrollgängen am Wochenende zuvor entdecken die Ranger des Nationalparks immer wieder illegale Übernachtungsstellen. Das sogenannte Bofen ist wegen der Trockenheit verboten. Offensichtlich haben diejenigen, die das hier vorhatten oder vorhaben, das Betretungsverbot noch nicht realisiert. Die Kollegen gucken jetzt mal, ob sie die im Gelände irgendwo antreffen, ob die irgendwo auf einer Aussicht sitzen. Und vielleicht den Sonnenuntergang genießen. Unweit der Bofen treffen die Ranger auf ein englisch sprechendes Paar. Ihrem Gepäck nach wollen sie die Nacht im Wald verbringen. Vom nächtlichen Betretungsverbot hätten sie nichts gewusst, sagen sie. Bereitwillig packen sie ihre Sachen zusammen. Der Schlafsack in der Bofen, ihnen gehört er jedenfalls nicht. Und auch nicht den beiden jungen Männern, die die Ranger etwas später aufgabeln und die eigentlich schon längst raus sein wollten aus dem Wald. Das könnte jetzt teuer werden. Da wird es auf jeden Fall dreistellig, wenn man draußen angetroffen wird. Und wenn man Feuer macht, dann kann es auch in den vierstelligen Bereich gehen. Die zweite Brandnacht ist schlimmer als die erste. Großflächig lodern die Flammen im Nationalpark Böhmische Schweiz und das Feuer breitet sich schnell aus. Dürre, Hitze und der ausgetrocknete Wald machen es den Flammen leicht. Die Feuerwehrleute haben kaum eine Chance. Das Feuer ist inzwischen sogar von der Bahnstrecke nach Prag auszusehen. Der Rauch zieht durchs ganze Elbtal. Am Morgen drehen tschechische Feuerwehrleute diese Bilder. Einige Ortsteile von Hrenskor sowie ein Kinderferienlager werden evakuiert. Aber nicht überall können die Lösch-Trupps die Häuser retten. Im Dorf Mesna brennen Gebäude nieder. Zum Glück werden keine Menschen verletzt. Für die Bewohner der beschädigten Orte wurden bislang umgerechnet ca. 220.000 Euro gespendet. Das Feuer ist weiter außer Kontrolle. Der tschechische Premierminister macht sich ein Bild von der Lage. Wir haben an andere europäische Länder appelliert, Hilfe zu leisten, sei es ein Hubschrauber oder ein Flugzeug, das zur Bekämpfung dieses Feuers eingesetzt werden könnte. Längst brennt es auch auf sächsischem Gebiet, am kleinen und großen Winterberg, der Kipphorn-Aussicht, in den Schluchten. Und Sachsens Regierungsspitze ist im Urlaub, der Chef des Nationalparks ebenso. Für Bad Schandau wird Katastrophenalarm ausgelöst. Kritik gibt es am Krisenmanagement. Es gibt keine gemeinsame Funkfrequenz mit den Tschechen. Die Löschhubschrauber dürfen nicht die Grenze passieren. Das Feuer aber kennt keine Staatsgrenzen. Massenhaft totes Holz hat der Borkenkäfer zurückgelassen. Das brennt nun wie Zunder. Die toten Fichten sollten stehen bleiben. Natur soll Natur bleiben, so die Maßgabe des Nationalparks. Nun werden die Bäume leichte Beute für die Flammen. Und auch der noch gesunde Teil des Waldes. Feuerwehrleute haben hunderte Meter Löschwasserleitungen im steilen Gelände verlegt. Hubschrauber sind effektiver, aber noch gibt es nicht genug. Aus allen Teilen Sachsens kommen Feuerwehren zur Hilfe. Also als Herausforderung ist ganz klar, das schwierige Gelände und auch die Witterungsbedingungen zu nennen, was die einzelnen Kameraden aus dem Ehrenamt sind, berufliche Kameraden hier leisten, was sie am Tag geleistet haben, was sie auch in der Nacht geleistet haben, als sie hier bereits eine lange Wegstrecke aufgebaut haben. Das ist körperlicher Wahnsinn. Die Kameraden gehen dort echt an die Leistungsgrenze. Die Wälder im ganzen Landkreis dürfen jetzt nicht mehr betreten werden. Nun steht die dritte Brandnacht bevor. Eine Nacht mit wieder heftigem Wind und wieder ohne den so sehnlich erwarteten Regen. Die Dunkelheit zeigt dann die traurige Wahrheit. Es brennt an neuen Stellen und selbst die Gelöschten flackern immer wieder auf. Überall sind noch Glutnester im trockenen Boden. Am nächsten Morgen bedrückende Bilder. Aus der Luft ist zu sehen, dass sich das Feuer nur in einem Teil des Nationalparks ausgebreitet hat, der hinteren Sächsischen Schweiz, Kernzone des Nationalparks. Pausenlos fliegen die Löschhubschrauber, nun auch drei der Bundeswehr und bringen Wasser zu den Brandherden. Im böhmischen Teil brennt es mittlerweile auf einer Fläche von über 1000 Hektar. Das ist ein Achtel der Gesamtfläche des Nationalparks. Der bislang größte Brand war 2006 und betraf 16 Hektar. Die gute Nachricht, bisher mussten auf deutscher Seite keine Orte evakuiert werden. Entgegen anderslautenden Gerüchten sind auch keine Häuser oder Ortschaften akut bedroht. Probleme gibt es aber mit Katastrophentouristen. Zudem haben wir das Problem, dass die Schaulustigen jetzt auch anreisen und sich angucken wollen, was verständlich ist, wie die Löscharbeiten vorangehen. Ich kann bloß wirklich davor warnen. Also ein Waldbrand ist nicht zu unterschätzen. Und das ist in der Vergangenheit, glücklicherweise bei uns noch nicht, aber in der Vergangenheit durchaus auch bei Waldbränden passiert, dass selbst erfahrene Rettungskräfte auf einmal eingeschlossen waren von den Flammen. Und in so einem Fall besteht wirklich extreme Gefahr für Leib und Leben. Die Gegend ist nicht nur Nationalpark, sie ist ein Urlauber-Hotspot. Es ist Hochsaison in der sächsischen Schweiz. Doch bei beliebten Ausflugszielen wie dem Kiernitschtal, wo jetzt eigentlich alles voller Touristen wäre, herrscht nun gähnende Leere. Wegen des Waldbrandes ist die Zufahrt eingeschränkt. Die Kiernitschtalbahn hat den Verkehr eingestellt, damit Schaulustige die Einsatzkräfte nicht behindern. Die Stimmung unter den Urlaubern durchwachsen. Wir sind zwar in Schmilka relativ nah dran, aber ich denke mal, dass wir sie in den Griff kriegen. Also für Sie keinen Grund jetzt irgendwie vorzeitig abzureisen? Nee, haben wir momentan nicht vor. Ich bin auch Feuerwehrmann, also wir beobachten das schon mit Skepsis. Tja, wahrscheinlich werden wir abreisen. Du kommst ja nicht mehr rein, im Wald kommst du nicht mehr rein. Hat ja keinen Zweck mehr, hat was hier noch. Das ist ja gerade die Attraktion, den ganzen Wald, die Berge und wenn du nicht mehr hinkommst. Die Bastai-Brücke kann derzeit nicht besucht werden. Felsenbühne Rathen und Festung Königstein aber sind offen. Dass das so bleibt, hoffen viele Touristiker in der Region. Sie befürchten sonst erhebliche wirtschaftliche Schäden. Uwe Henkenjohann betreibt vier Gastronomiebetriebe. Zwei davon musste er wegen des Betretungsverbots schließen. Für sein Hotel in Gorisch gibt es erste Stornierungen. Für die Maßnahmen der Behörden hat er Verständnis, aber abreisen müsse derzeit niemand. Was mir persönlich extrem wichtig ist, dass wir die Gäste, die jetzt hier sind, den einfach Alternativen zeigen. Weil die Sächsische Schweiz hat neben dem Wald natürlich viele, viele schöne andere Highlights. Also ob das für Kinder ist, Elbe-Freizeitland, Toskana-Therme, Elbradweg, Kanu-Fahren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Auch Hotelier Moritz Hitzer aus Schmilka hat sein Bio-Hotel Helvetia geschlossen. Zum Schutz seiner Mitarbeiter und Gäste vor dem ununterbrochenen Hubschrauberlärm. Zum einen sind die Folgen natürlich, dass alle Mitarbeiter erst mal aktuell ohne Beschäftigung sind. Wie das jetzt weitergeht, das wissen wir zum heutigen Tag auch noch nicht. Und natürlich wichtige Umsätze, die wir jetzt hätten machen müssen nach zwei Jahren starker Beeinträchtigung durch Corona. War die Saison unglaublich wichtig für uns als Touristiker. Wir waren unglaublich gut gebucht. Es ist jetzt Hauptsaison für uns. In vielen Tourismusbetrieben sind die Rücklagen aufgebraucht. Die Politik sagt Unterstützung zu. Die Gespräche zum Thema Verlängerung Kurzarbeitergeld laufen gerade. Gerade jetzt wurde vom Unternehmen auch nochmal das Thema Liquidität angesprochen. Wir werden Kontakt mit der SAB umgehend aufnehmen. Am Ende des vierten Tages scheint sich die Situation zu entspannen. Von tschechischer Seite vorsichtiger Optimismus. Zum einen ist es gelungen, die Lage in Grenzgott zu stabilisieren. Und der andere Punkt ist, dass Löschflugzeuge im Anflug sind aus Italien. Die Hubschrauber, die hier im Einsatz sind, die können pro Flug so 600 bis 1000 Liter in etwa aufnehmen und auf das Feuer niederregnen lassen. Diese Löschflugzeuge aus Italien, da sind es 6 Kubikmeter, also 6000 Liter. Man kämpft sich jetzt so Meter für Meter ins Innere des Nationalparks vor. Über die Schäden können noch keine Aussagen gemacht werden, auch ob Naturdenkmäler zum Opfer gefallen sind. Da will man noch keine Aussagen machen. Aber klar ist hier die Tourismusbranche, sie spricht von einer Riesenkatastrophe. Denn wer wolle in einem Nationalpark Urlaub machen, den man durch das Feuer nicht betreten kann. Also sie sagen, es seien sehr verheerende Folgen und es ist ja auch noch nicht klar, wie lange, wie viele Tage sich die Löscharbeiten hier in der böhmischen Schweiz noch hinziehen werden. Der Morgen bringt leider neue, schlechte Nachrichten. Ein weiteres Feuer ist von Böhmen in die Sächsische Schweiz übergesprungen. Und allein dort, zwischen großem Winterberg und Schandbach, kämpfen nun 340 Feuerwehrleute gegen die neuen Flammen an. Mit dem Wind, der am Morgen aus östlicher Richtung kam, kamen auch die Funken. Nach dem Flug ein erster Eindruck vom Bad Schandauer Bürgermeister. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da noch echt sprachlos, weil die Flächen, die da verbrannt sind, wo es da an Stellen raucht, wo man sich ehrlicherweise wirklich fragen muss, wie da überhaupt ein Glutnest entstanden stehen konnte. Ja, mir fehlen echt die Worte. Als der Wind nachlässt, drückt die kühle Morgenluft den Qualm zu Boden. Zu gefährlich für die Hubschrauber, die sich gegenseitig in der Luft nicht sehen würden. Sie müssen über wertvolle Stunden hinweg am Boden bleiben. Dort hinten, also wenn das mit dem Alterstein stimmt, dann ist das die Rauchsäule dort hinten. Also die Richtung, ich würde das gerne mal checken. Das ist wie eine Front, die weiter wird. Ja, es geht unglaublich schnell. Die Bergsteiger Reinhard Wobst und Karl-Heinz Wendt sind ins Hinterland gefahren. Weit oberhalb von Bad Schandau und dem Kirnitschtal beobachten sie das Feuer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell übergreift auf die anderen Gebiete. Und ich bin also wirklich jetzt entsetzt, dass es doch ein recht großes Gebiet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das dort einen Hang hochzieht, große Flammen. Und die ganzen, wenn die toten Pichten auf einmal in Flammen aufgehen, so wie wir uns das immer, wie wir das befürchtet hatten früher immer. Das geht ja im Sekundentag, wie sich das ändert. Vor einem Jahr war Reinhard Wobst mit Biwak-Moderator Thorsten Kutschke genau dort unterwegs, wo jetzt dunkler Rauch aufsteigt. Schon damals ging es um das Totholzproblem. Die umgefallenen Bäume versperren Wander- und Zufahrtswege. Mit Handsäge und Spaten und Tunnelgraben, wir kommen nicht mehr ran, weil die Wege werden wirklich unbegehbar. Damals versicherte der Nationalpark-Chef Ulf Zimmermann, dass bestehende Wege Stück für Stück wieder freigeschnitten werden sollen, auch wenn das technisch und personell aufwendig ist. Ich habe von vornherein gesagt, das Grundsätzlich das Wegekonzept, was schon 2003 erstellt worden ist, das hat Gültigkeit. So, und an dem halten wir fest. Das hat auch so die Konsequenz, auch das, was jetzt vielleicht temporär zubricht, wird wieder freigesägt. Wir reden hier von diesen markierten Wegen und den Bergpfaden, da halten wir dran fest. Und es geht nicht nur um die Wanderpfade, sondern auch um Rettungswege. Reinhard Wobst forderte schon lange Vorkehrungen für den Brandschutz. Wir brauchen hier unbedingt Konzepte für den Fall, dass es brennt. Ansonsten würde ich den Schmilker empfehlen, sich mal einen Notkoffer bereitzustellen. Falls evakuiert werden muss. Der Sächsische Bergsteigerbund hatte vor solch einer Lage schon lange gewarnt. Wir sind der Meinung, dass diese Schadholz- und Totholzbestände reduziert werden müssen, dass die Wege freigeschnitten werden müssen aus Sicherheitsgründen, dass man sie begehen kann, sowohl was Kultur- und Erholungsfunktionen angeht, als auch jetzt für die Rettungskräfte, um zu den Brandherden zu gelangen. Zu einem umfassenden Brandschutzkonzept gehören auch Wasserreserven direkt im Nationalpark. Geplant sind sie. Das Ziel ist, dass bis Ende des Jahres diese sieben Zisternen umgesetzt sind. Aber das ist ein erster Schritt. Und die fehlen uns natürlich im Moment schon gerade eigentlich. Wir sind schon einen Tick zu spät. Aber wir bereiten uns ja auch auf die Zukunft weiterhin vor. Mit der Zukunft beschäftigt sich auch Alexander Held. Der Forstwissenschaftler erforscht Wald- und Flächenbrände. Dabei schaut er auch über die Grenzen nach Südeuropa. Diese Wetterlage macht so viel Biomasse auf einmal brennbar. Der Boden ist so trocken, dass wir auch in Deutschland jetzt Feuerverhalten beobachten, das wir eigentlich kennen eher aus tatsächlich dem Mittelmeerraum Portugal-Spanien. Darauf sind wir aber bisher nicht ausreichend vorbereitet. Die vielen freiwilligen Feuerwehren sind für den kommunalen Brandschutz zuständig und ausgerüstet, nicht aber für Flächenbrände in unwegsamem Gelände und in dieser Dimension. Ich hoffe, dass das ein Weckruf ist, dass wir jetzt mehr Gas geben und beschleunigt, und zwar mit mehr politischem Willen, an dem Thema integriertes Feuermanagement arbeiten. Das heißt, es uns nicht bequem machen und sagen, die Feuerwehr wird es schon richten, indem wir die Feuerwehr besser ausrüsten und besser ausbilden. Das ist enorm wichtig, dass wir das tun. Aber es gibt genügend andere Baustellen, wo die Feuerwehr kein Mandat hat. Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Umweltbildung, die allgemeine Bevölkerung. Und all diese Akteure müssen zusammenarbeiten, und zwar zielgerichtet in die gleiche visionäre Richtung. 200 Millionen Euro hat Sachsen in den vergangenen Jahren für den Brandschutz bereitgestellt. Der zuständige Innenminister kündigt aber schon mal an, dass das nicht alles gewesen sein wird. Ich glaube, wir müssen uns viel stärker noch mit Vegetationsbränden beschäftigen. Wir investieren unglaublich viel Geld in Brandschutz seit fünf Jahren und tun es in den nächsten zwei Jahren auch noch. Aber wir brauchen noch deutlich mehr Investitionen in Spezialkräfte, in Spezialausstattung, um lang andauernde Lagen wie diese, also heißt Großbrände, beherrschen zu können. Was aber dann doch kurzfristig gut geklappt hat, ist die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg. Nachdem sich Sachsens Innenminister noch am gleichen Tag mit seinem tschechischen Amtskollegen getroffen hatte, gibt es nun zwei Verbindungsbeamte, eine gemeinsame Funkfrequenz für die Feuerwehren und eine Überflugerlaubnis bis zu 20 Kilometer in den jeweils anderen Luftraum. Damit der Pegelstand der Elbe tief genug bleibt, wird jetzt über die Moldau mehr Wasser in den Fluss geleitet, zusätzlich 20 Kubikmeter pro Sekunde. Gute Nachrichten gibt es vom Prebisch-Tor. Die tschechische Feuerwehr twittert, die berühmte Felsformation und die Gebäude sind zwar von Rauchschwaden umhüllt, aber nicht beschädigt. Seit Freitag gilt auch für die große Kreisstadt Sebnitz Katastrophenalarm. Nun übernimmt auch hier das Landratsamt die Koordinierung der Lösch- und Rettungsmaßnahmen. Inzwischen wurden neue Satellitenbilder ausgewertet. Auf deutschem Gebiet brennen 150 Hektar statt wie bisher vermutet 250. Das sind nur zwei Prozent der gesamten Fläche des Nationalparks. Auch alte tschechische Doppeldeckermaschinen kommen jetzt zum Einsatz. Sie müssen von Hand auf einem Flugfeld mit Wasser betankt werden. Schwierig ist die Lage in Schmilka an der Elbe. Seit Tagen stehen hier Feuerwehren beider Länder in einer sogenannten Riegelstellung. Täglich informiert sich der Ortsvorsteher über die Lage. Er hat Angst, dass die näher rückenden Flammen auf Schmilka übergreifen könnten. Wenn das Feuer, wie bekannt ist, sich hier wieder runterzieht, in diesen trockenen Wald hineingeht, dann kann es passieren, dass die Häuser von Schmilka, wie in Hans-Kretschen, vielleicht in Flammen aufgehen. Am sechsten Tag nach Ausbruch des Brandes hat auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer seinen Urlaub abgebrochen. Per Hubschrauber machte sich ein Bild von der Lage. Nach einer halben Stunde Überflug dann dieses Statement. Es bricht mir das Herz, die sächsische Schweiz, unsere Heimat, so zu sehen. Und es ist vollkommen klar, wenn wir aufhören zu löschen auf der tschechischen und auf der deutschen Seite, dann wird es einen riesigen Waldbrand geben und es wird wenig davon übrig bleiben. Es hängt wirklich von unserer Durchhaltefähigkeit ab. Die Wolken kündigen Regen an, doch es war der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Denn im Brandgebiet kamen weniger als drei Liter pro Quadratmeter herunter. Das Regenradar zeigt, wie die Niederschlagsfront fast komplett am Elbtal vorbeizog. Das hat nicht viel gebracht. Er war sogar eher kontraproduktiv gewesen, weil das Problem ist, oben auf dem Hängen wird dadurch der Boden schmierig und die Einsatzfahrzeuge haben Probleme, dann eher hochzukommen. Dabei wird auch ein weiteres Dilemma deutlich. Auf deutscher Seite fehlen vor allem kleinere, geländegängige Fahrzeuge. Die tschechischen Einsatzkräfte nutzen zum Beispiel solche Quads, um in die schwer zugänglichen Regionen vorzudringen. Es ist wie David gegen Goliath. Scheint ein Brandherd gelöscht, flackern kurze Zeit später neue Glutnester wieder auf, wie man im Wärmebild gut sehen kann. Das Glutnest an sich ist deshalb tückisch, weil wir ja zwischen den Felsnadeln teilweise über Jahrzehnte Material haben, was sich dort also gesammelt hat, was dort verrottet ist, was Humus gebildet hat und was bei den Temperaturen natürlich trocken ist. Da ist keine Feuchtigkeit mehr drin. Das kann man an und für sich nur mit einer manuellen Bekämpfung ausräumen. Die Feuerwehrleute sind seit sieben Tagen im Einsatz. Das Durchhaltevermögen ist enorm. Die ersten zwei Tage waren wir auf der Kipphorn-Aussicht am Winterberg. Wir haben dort die ganzen Schluchten versucht abzulöschen. Und dann geht es mit Hacke und Seilsicherung in die Hänge rein. Dann wird geprüft, Glutnester. Dann wird Nässe draufgebracht. Doch das Wasser muss von weit her geholt werden. Kilometerlange Schlauchlängen. Runter sind es ja schon in Kilometer vom Auto, bis man hier überhaupt erstmal an die Hänge kommt. In 50 Zentimeter Tiefe ist der Boden noch so heiß, dass es jederzeit wieder aufflammen kann. Deshalb gibt es auch für die scheinbar gelöschten Gebiete keine Entwarnung. Umso unverständlicher ist das Verhalten mancher Zeitgenossen. Es ist wieder dazu gekommen, dass drei Touristen aufgegriffen wurden, die unterwegs zum Präbisch-Tor waren. Und damit nicht genug. Man hat dann auch noch eine Feuerstelle entdeckt, wo diese Menschen ein Feuer im Wald angezündet haben. Also die Behörden hoffen auf die Einsicht der Touristen, diesen Nationalpark weiterhin nicht zu betreten. Die zweite Woche beginnt. Hunderte Feuerwehrleute und andere Helfer müssen versorgt werden. Neben Hilfsorganisationen wie dem DRK und dem Arbeiter-Samariter-Bund sind mittlerweile viele Helfer aus der Gegend dabei. Es ist unsere Heimat, es ist unser Zuhause. Und wir sind durch unsere Hunde so oft im Wald, dass wir uns auch damit so verbunden fühlen, dass wir helfen müssen. Müssen, tatsächlich. Auch Andrea Winkler aus Krippen konnte nicht tatenlos zusehen bei der Katastrophe direkt vor ihrer Haustür. Jetzt hilft sie hier in Bad Schandau, Betten vorzubereiten für die erschöpften Feuerwehrleute. Und Toiletten und Duschen putzen muss auch sein. Das ist meine Heimat, die brennt und irgendwas muss man tun. Wir können ja nicht mit löschen gehen, wir können ja da nichts mit machen. Also macht man halt sowas. Da, wo man gebraucht wird. Arbeit, die keiner sieht und keiner bezahlt bei diesem anstrengenden Löscheinsatz. Wir haben uns riesig gefreut über die gemalten Bilder von den ganzen Kindergärten außenrum, die hier abgegeben wurden, über jeden Freiwilligen, der vorbeikommt, der hier spendet und sowas. Das ist immer für die Moral gut. Es ist wirklich ein Zeichen Anerkennung für uns. Endlich gibt es auch gute Nachrichten. Die tschechische Feuerwehr meldet, dass der Brand auf ihrem Gebiet unter Kontrolle ist. Die Glutnester werden beobachtet, aber nun sollen die Wanderwege nach einer Inspektion schnellstmöglich wieder geöffnet werden. Vielleicht kann die Tourismus-Saison noch gerettet werden. Im Nationalpark klafft eine Wunde. Jetzt muss dringend über ein anderes Waldmanagement gesprochen werden. Das fordert nun sogar die Politik. Deswegen muss darüber gesprochen werden, wie in einer Zeit, wo es immer trockener wird, auch solche Nationalparks eine Zukunft haben. Wie eben Schneisen vorhanden sein können, die zur Brandbekämpfung helfen können. Wie Wasserhaltung in den Wäldern organisiert werden kann. Wie vielleicht auch mehr Totholz aus den Wäldern herausgebracht werden kann. Diese Fragen muss man jetzt unideologisch offen stellen und diskutieren. Der Nationalpark-Chef ist generell zu Gesprächen bereit. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das verfrüht. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir uns gelöscht kriegen. Und wenn wir das im Griff haben, Zeit dafür haben, Ruhe haben, dann müssen wir auch die Frage stellen, okay, wie können wir das vielleicht verbessern, in welchen Bereichen macht das Sinn, müsste man dann eben reduzieren oder nicht. Was wichtig ist, wir werden das insbesondere im Bereich der Rettungswege anschauen. Ob wir dort im Sinne von zusätzlichem Brandschutz schneisen oder entlang der Wege eben Totholz reduzieren und auch aktiv vielleicht sogar eingreifen, dass wir dort eher verstärkt dann noch Laubholz einbringen, damit dort ein besserer Schutz möglich ist. Einer der besten Baumkenner Deutschlands ist Professor Andreas Rohloff von der Forsthochschule Tarrant. Seine Prognose, wann und wie die verkohlten Flächen wieder grün werden, klingt zuversichtlich. Lässt sich natürlich schwer so pauschal für ein ganzes großes Gebiet, Sächsisch Schweiz, mit Höhen und Tiefen und Tälern und Osthängen und Nordhängen und Südhängen vorhersagen. Aber mit Sicherheit im nächsten Frühjahr. Die Asche ist erstmal sehr nährstoffreich, ein sehr günstiges Keimbett für sehr viele Pflanzen. Vor allem Birken, Ebereschen und Pappeln sind da Spezialisten. Auch Weißtannen kann er sich als Nachfolger der Fichten vorstellen. Die haben im Inneren einen sogenannten Nasskern. Die hat dieses Feuerrisiko nicht und kommt mit Schatten, mit Licht, mit allem, mit Trockenheit gut klar. Am Konzept des Nationalparks, die Natur sich selbst zu überlassen, würde er auf keinen Fall rütteln. Im Nationalpark in den Kernflächen wird ja oberstes Gebot alles laufen gelassen, egal ob es Borkenkäfer sind, ob es Feuer ist. Weil man daraus lernen will, was die Natur selbst tut nach so einer Katastrophe. Was sie tut, zeigt dieses aktuelle Foto aus dem Brandgebiet sehr deutlich. Eine Woche nach dem Feuer sprießen die ersten Halme. Die Natur wird sich relativ schnell erholen nach diesem größten Waldbrand in der Geschichte der Region. Der Mensch braucht länger dafür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017